Und da fahren sie mal hin, weil sie sind fettig. Du musst etwas weiter wegnehmen, aber du musst doch auch ans ganze Stück nehmen. Ja, nein! Ja, hallo Leute, heute gibt es mal einen kleinen Ausschnitt darüber, wie die Pferde auf die Koppel kommen. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie sie handeln. Also, es könnte sein, dass sie einfach nur fressen. Es könnte aber auch sein, dass sie einfach wirklich losstanden. Ähm, ja, dann viel Spaß. Ja, wir kommen auf die... Hello! Ja, da bist du meine Pferde. Geht auf die Wand. 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 Bis zum nächsten Mal.